Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur, hier in Reckening, in dem Gewölbedingens. Ich bin schon mal zurückgelaufen, ich muss noch durch die Tür gehen und ich habe eine Menge Kram noch eingesammelt. Also ich habe einfach mal noch in alle Kisten geguckt und alle Tore aufgemacht. Zwei gingen aber nicht, für zwei hatte ich irgendwie immer noch keinen Schlüssel. Und die anderen gingen aber auf keine Ahnung, wo man die herkriegte, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich hier noch ein paar interessante andere Sachen und einiges an... Ja, ich habe auch wieder so ein gelbes Dingsbums gefunden, Kuras des Bolgarnflusses oder ich weiß nicht was das war. Oder die Kutte oder keine Ahnung, irgendein Setteil halt. Und ich muss eine Menge Zeug loswerden, aber erstmal gehen wir zu Brun. Brun, unserem Freund und werden den Quest beenden und dann gucke ich mal, was wir als nächstes machen. Ja, so mache ich das. Ja, lade, lade. So, wo ist er denn, der Knilch? Guck mal, die Sachen liegen hier immer noch rum. Kann der mir mal entgegenkommen oder wie? Wo muss man denn dafür lang? Kannst du mal kommen? Ey, Alter. Oder muss ich vielleicht schnell reisen? Hier sind aber viele, äh, rote Flecken. So, ach, ich soll hier. Ja, dann gehen wir mal ins Lager. Was soll denn das Gelaufe? Und dann gleich kurz nach Hause. Sachen in die Kiste packen und weiter spielen. So macht man das. Wo bist du denn? Guck mal, Brun, da bist du. Was hängst du denn hier rum? Warum wartest du denn nicht auf mich? Ihr habt viel auf euch genommen, um mir das zu bringen. Nur um es jetzt zu zerstören. Aber es muss getan werden. Versteht ihr? Dieser Brief beweist, dass ich ein Erbe der Gasthürs bin. Und ein Erbe seiner Herzlosigkeit. Er gab meiner Mutter alles, als sie nichts als seine Liebe wollte. Und nun ist sie fort. Wir sind Freunde. Ihr seht das vielleicht anders, aber ich bin fest davon überzeugt. Ihr habt mir mehr geholfen, als irgendjemand sonst. Ich werde euch nie vergessen. Und hoffe, dass auch ihr mich nicht vergessen. Ach was? Ich vergesse dich doch nicht. Brun, mein alter Freund. Für dich will ich doch alles tun. So. Leb wohl. Oh, jetzt sei doch nicht so ge... Wir sehen uns schon noch wieder. Mir passiert nichts. Ich liebe dich auch. So. Was haben wir denn jetzt? Lasst mich raten. Ihr seid eine Schatzsucherin. Genau wie Uda. Na dann viel Glück. So. Ich würde das gerne aber nehmen. Obwohl es sind eigentlich auch nur Tränke. Eigentlich sind es auch nur Tränke. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Ich habe hier noch irgendwelche Dolche. Die aber blöd sind. Die brauche ich nicht. Gut, die haben 45 Mana, ne? Aber die... Nee. Nee. So, dann haben wir noch hier irgendein Konsumgut-Kram. Das kann weg. Hm. Ja. Zorneschlitzer. Das ist ja schön, dass der dabei ist. Äh. Eigentlich sind die anderen Sachen auch gut, weil... Ja, aber ich kann halt nichts machen. Ich würde jetzt mal wegdüsen. In den, äh... Netzwald. Netzwald. Es sei denn, wir haben hier auch eine Kiste. Haben wir hier auch irgendwie... Haben wir hier irgendwie ein Zuhause? Nee, ne? Oh, es geht gar nicht langsam hier über die Karte. So. Ab nach Kenarach ist ja nur, äh... Tausend Stunden entfernt. Eigentlich. Quasi. Ja, sie fährt ja immer mit dem Schiff dann immer hin und her. Aber es macht ja nichts. Macht eher nichts aus. Geht ganz schnell. Hopp, hopp. So. Rein mit dir. Und dann, äh... Bin ich auch mal gespannt, ob wir... Noch irgendwann ein Set zusammenkriegen, ne? Aber wahrscheinlich hätte ich dafür tausend andere Sachen auch, äh... Kisten durchforsten müssen, was ich nicht getan habe. Aber egal. So. Ich würde gerne mal gucken, was da jetzt drinne ist. Um mir mal einen Überblick zu verschaffen, was wir an Z-Teilen schon haben. Bolgan haben wir nur... Nee, haben wir auch schon die Handschuhe. Nee, wir haben die Beinschienen und wir haben den Kürers. Irgendwas mit Zyklen nur einmal Tierkreis. Habe ich das nur einmal? Was haben wir noch? Das Lunala auch nur? Ja, von allem irgendwie ein bisschen. Aber noch nicht so richtig fertig, ne? Ach, hier geht's ja noch weiter. Also. Ähm, ja. Vräkor. Gemaschenes Hauptmann. Handschuhe Hauptmann. Stiefel des Söldners. Aus der Balladen. Ja, das war das Einzige, was wir irgendwie bisher fertig gehabt hatten. Ja, schön. Mhm. Toll. Äh, können wir noch irgendwas wegpacken? Wenn wir schon dabei sind. Genau, die wollte ich noch wegpacken. Das sind so eine brennenden Feinklingen, damit wir wieder was mit Feuer haben. Obwohl, vielleicht gibt's ja auch irgendwann wieder Quests mit, wo man dann eine Waffe mit Eis oder Blitz oder so braucht. Keine Ahnung, aber vorsichtshalber. Und dann hatte ich auch noch so ein, ähm, 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 hier so einen Bogen von Denagel gefunden. Der sieht so aus. Der ist mir eigentlich zu klobig, zu kantig und zu spießig. Aber, äh, äh, er ist gar nicht mal so schlecht. Das ist das Ding. Der hat nämlich 60 Körperschaden. Genauso wie der andere. Und der hat hier noch 107, also gegen die Sünde. Das ist der rote. Den haben wir das letzte Mal im letzten Part immer ausprobiert. Äh, und eigentlich waren wir sonst natürlich mit dem ausgestattet. Das ist eigentlich auch mein Liebling. Aber der hat halt, ja, zwar einen Hauptangriffswert von 113, aber 53 Körperschaden. Und ich kann mich wie immer nicht entscheiden. Im Moment benutzen wir mal das komische Stachelding. Und das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Ja, was habe ich noch zu erzählen? Moment mal. Nee, primär. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen. Nicht, dass ich hier die falschen Chakrams irgendwie ausgerüstet habe. Und bei Rüstung, bei Rüstung, bei Rüstung, da, ähm, nimm, nimm, nimm. Ähm, da habe ich jetzt gerade diese makellosen Gamaschnern. Die gefallen mir gut. Also optisch. Äh, besser als die, die ich vorher anhatte. Allerdings sind die hier mit 45 Leben und Mana halt besser. Ja? Es wäre schön, wenn ihr da vielleicht auch manchmal euren Senf dazugeben würdet. Ich hätte nichts dagegen, dass ihr manchmal sagt, hey, die anderen Bein-Dinger finde ich aber besser, weil... Und das halt irgendwie begründen oder so. Weil ich kann mich immer ganz schwer entscheiden, ähm, was zählt mehr? Ja, Zauberkram, Angriffswert, wie würdet ihr es machen? Naja. So. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob wir jetzt noch das Erbe der Familie Asta machen. Ich würde sagen, ja, aber das können wir nicht tun. Und dann hätten wir noch hier, äh, die Sorgen rufen. Und deswegen würde ich doch mal meinen, machen wir doch hier mal weiter. Hallen der Prüfung finden. Und das ist dann wieder quasi, gehört für mich wie zum Hauptquest dazu. Ist aber noch nicht der totale Hauptquest. Bizarane, ein Bizarane alleine, ein Winterfeier aus dem Haus der Sorgen hat mir erklärt, wie ich die Hallen der Prüfung finde, um mich dort einer Prüfung zu unterziehen. Offenbar braucht er und die Winterfeier meine Hilfe im Kampf gegen die Tuata. Und da will ich jetzt mal hin, denn ich will ein bisschen mehr Action hier ins Spiel wieder bringen. Ich will wissen, äh, was hier noch so in diesem Spiel auf uns wartet, nach all den Nebenquests. Und deswegen machen wir uns doch einfach mal ran. Mal gucken, wie schnell ich das, die Hallen der Prüfung hier geschafft habe. Und, äh, danach will ich den Hauptquest weitermachen. Da habe ich total Bock zu. Und außerdem sind hier auch noch Leute, sehe ich gerade, die unsere Hilfe brauchen. Aber das mache ich ein andermal. Jetzt wollen wir das endlich mal machen hier. Ach so, es ist verschlossen. Schön. Wo muss ich dann hin? Hier lang. Okay. Na, dann können wir die ja auch noch mal mitnehmen, oder? Wir können ja die Quest zumindest holen. Oder auch nicht. Ach, die sind hier unten irgendwo. Und ein Singstein. Da, Hallen der Prüfung, genau. Oh, spannend. Und schon trab die nächste Sterbliche heran. Dabei ist das Blut der Letzten noch nicht einmal getrocknet. Aber mein Bedürfnis, sterbliches Leben auszulöschen, ist noch lange nicht befriedigt. Kommt! Ihr seht aus wie eine Kriegerin. Kämpft doch gegen mich! Also gut, könnt ihr haben. Ausgezeichnet. Hoffentlich seid ihr eine größere Herausforderung als dieses armselige Ding. Ja, okay. Okay. Das ist bestimmt voll die Falle. Ja. Bezieh dich doch, echt. Wer seid ihr? Ihr habt es geschafft, was sonst niemand vollbracht hat. Ihr habt dieses Monster wirklich besiegt. Ich... Es ist viel verlangt. Aber niemand aus unserem Lager hatte eine Chance gegen ihn. Ihr müsst seine Herausforderung annehmen. Bekämpft ihn erneut. Und tötet ihn. Um unsere Missionen will. Ja, mach ich. Wieso attackiert ein Feier euer Lager? Das wissen wir nicht. Er ist kein Tuatha, aber er kämpft beinahe wie einer. Er kommt hierher und duelliert sich mit einem nach dem anderen. Er will irgendetwas Krankes beweisen, indem er uns ausweidet. Und wen er nicht sofort tötet, den schleppt er mit zurück in die Grube. Bitte, wir sind Kundschafter, keine erfahrenen Kämpfer. Wir können unsere Aufgabe nicht erfüllen, wenn dieser Scharfrichter uns weiter dezimiert. Ja, ich trete gegen den Scharfrichter an. Den Göttern sei Dank. Wenn er euch nach Tinehill gerufen hat, so bedeutet das, dass ihr dort gegen ihn kämpfen müsst. Aber seid gewarnt. Dieser Feier setzt Magie ein, die wir noch nie gesehen haben. Als würde er sich von der Energie dieses Ortes ernähren. Oder Schlimmeres. Es gibt jene, die dem Scharfrichter zum Opfer fallen. Aber es gab auch andere. Gefangene. Was er mit denen in Tinehill macht, weiß niemand. Okay, wo finde ich den Scharfrichter? Er ist in Tinehill. Das ist eine Höhle. Irgendwo in der Grube, glaube ich. Aber er kommt erst seit kurzem hierher. Ich weiß es also nicht genau. Okay. Sie können ja immer noch mit ihr reden. Führt ihn der Gerechtigkeit zu? Bevor ich jetzt mit den anderen mich verquatsche und gar nichts mehr in diesem Part schaffe, laufe ich mal erstmal jetzt in unsere Hallen der Prüfung hinein. Und kümmere mich danach dann um den Scharfrichtersack. Und dann machen wir den Kopf kleiner. So. Was sollen wir hier tun? Und so seid ihr gekommen. Ob ihr es getan habt, um dem Haus zu helfen oder um die Tuata zu bestrafen, weiß ich nicht. Mir genügt die Gewissheit, dass ihr hier seid. Doch ich möchte euch nicht verwirren. Ich bin Bezaran, der König des Hauses. Während eurer Prüfungen wird es mir dieses Medium ermöglichen, euch zu beobachten und mit euch zu kommunizieren. Wie gruselig. Was soll das alles? Wie sprecht ihr mit mir? Was muss ich tun? Eine Prüfung? Niemals. Was soll das alles? Um euch natürlich. Ihr seid die einzige Sterbliche, die eine Chance erhält, sich dem Haus der Sorgen anzuschließen. Denkt jedoch nicht, ihr würdet dieses Angebot als Auszeichnung oder aus Respekt euch gegenüber erhalten. Ich mache es euch aus demselben Grunde, der euch hierher geführt hat. Notwendigkeit. Wie sprecht ihr mit mir? Durch den Kristall, den ihr vor euch seht. Er selbst ist nicht magisch. Doch er dient als Verbindung für meine Magie. Ich werde alles erfahren, was ihr tut. Und jedes Wort hören, das gesprochen wird. Müssen wir dann vielleicht auch auf unsere Entscheidungen Acht geben? Was muss ich tun? Was ihr tut, ist für mich ohne Bedeutung. Was ich zu erkennen hoffe, ist, was ihr seid und wie ihr dem Haus am besten helfen könnt. Ich habe den Weg, der hinter euch liegt, versperrt. Der einzige Pfad, der euch aus diesen Hallen herausführt, liegt vor euch. Mehr kann ich euch nicht erzählen. Außer, dass ich euch beobachten werde. Oh, spannend. Die machen mich hier ganz schön fertig. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Scheiße. Scheiße. Ey. Boah. Ja, die machen mich fertig. Ich kann mich nicht mehr heilen. Boah, der Kudok alleine. Alter Falter. Ja. Da freuen wir uns ja mal alle hier auf die Hallen der Prüfung. Sollte ich da jetzt überhaupt reingehen? Moment mal. Ich muss mal zurück, weil das war natürlich blöd jetzt. Ich habe überhaupt nicht auf meine Heiltränke geachtet. Wo kann ich denn mal welche kaufen? Und warum sind die so verflucht stark? Vielleicht gibt es ja hier jemanden, bei dem ich Tränke kaufen kann. Aber ich glaube eher nicht, oder? Was mit dir? Wo finde ich die Leiche? Ich weiß nur, dass sie irgendwo in der Grube liegt, wie tausende von anderen Leichen. Doch Venres war ein ungewöhnlicher Späher. Das könnte uns helfen, ihn zu finden. Ihr müsst wissen, dass Venres einen Wolf gezähmt hat, als wir in diese Gegend kamen. Der Wolf lebt noch und kann die Leiche seines Herrn gewiss finden. Folgt ihm. Warum brauchen wir den Wolf? Selbst wenn ihr wüsstet, wie Venres aussah, wäre es schier unmöglich, ihn unter all den Leichen zu finden. Der Wolf kennt Venres' Geruch. Er kann ihn in der Grube aufspüren und euch geradewegs zu seiner Leiche führen. Ich werde euch helfen. Gut. Ich lasse den Wolf nun frei. Folgt ihm. Und sorgt dafür, dass ihm nichts zustößt, ehe er Venres findet. Ohne ihn können wir Venres' Leiche unter allem anderen nicht finden. Ich wollte doch noch Tränke kaufen und wieder rein jetzt. Oh. Wo ist denn der blöde Hund jetzt? Oh, scheiße. Jetzt muss ich ja hinter dem herlaufen. Okay. Sorry. Ich wollte nur mit ihm kurz den Quest abhaken und dann Getränke kaufen gehen. Ja, dann muss ich mich jetzt leider darum kümmern. Scheiße. Lass ihn los. Warte. Jetzt können wir weiter. Super. Und jetzt kommen hier ein Haufen Feinde. Muss das sein? Warte, den nehme ich auch noch mit. Alpha-Ohrring. Unter den Zweigen wohnen ihre Glieder. Darüber wir singen trauernde Lieder. Die Toten umarmeln sie. Scheiße. 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 Was ist denn hier heute los? Alter, ich bin hier voll... Ah, wo ist der Hund? Da. Hallo. Hallo. Es macht mich langsam sauer hier. Es macht mich richtig sauer. Oh, sie blöde Linchi-dingz. Hm? Mann. Was? Das regt mich hier langsam auf. Ich finde, die irgendwie zu einem Schachzug mal selber kommen. Echt so ein blöder Scheiß hier. Mann. So, 90, 30. Ja, ist nicht schlecht. Ich habe keinen Bock jetzt da drauf. Hund, komm. Der führt mich auch extra immer hier zu irgendwelchen Blöden. Ja, da kommen die Nächsten. Schön. Aus Holz ein großer Garten steht. Wo der Tauermin der Wunsch trugzt. Schaden die Blätter den Früchten hin? Werden die Toten es gleich denn nun tönen? Ja, da kommen die Tränen. Ja, ich mache den Rüsten. Oh. Ne. Ja. 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 Äh, ja, okay. Ah, Hund, bitte. Lass es doch einfach sein. Ja, kommt, Leute. Ja, 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 ja. Ja, ist okay. Ja, jetzt hat sie sich wieder regeneriert, die Blöde. Ja, 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 ja. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Jetzt macht sie tot. Wo ist der Hund? Oh, nein. Sag nicht, dass der... Sag nicht, dass der Hund tot ist. Wo ist der Hund? 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 Nein! Nein, ich habe den Hund sterben lassen. Scheiße! Aber ich bin ja selber immer kurz vorm Sterben. Mano! Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, jetzt kriege ich bestimmt voll Ärger, weil sein Hund tot ist. Oh, nein. Oh, das ist so schrecklich. Ich wollte nicht, dass dem Hund was passiert. Ich hasse sowas. Oh, ich hasse sowas, ne? Ich hasse sowas. Alpha sind nichts als Fleisch der Natur. Futter für die Raben nur. Wie Tränen Soldaten nur hängen. Auf Ängste, Tuatha nur drehen. Oh, Mann, ey. Jetzt ist der Hund tot. Kacke noch. Habt ihr schon Fortschritte gemacht? Kriege ich jetzt Ärger? Ja. Jetzt sind sie unzertrennlich auch da im Jenseits. Und es ist voll scheiße. Mann. Und ich... Weiß ich nicht. Wir sind halt wieder auf dieser Ostküstenseite, wo ich mich irgendwie jedes Mal voll schlecht fühle. Als ob ich nicht gut kämpfen kann. Und verliere immer voll schnell. Wo ist jetzt hier eigentlich... Wo soll ich hier eigentlich hin jetzt? Kann man hier irgendwo hin? Oder ist hier nichts? Kann ich hier tauchen? Ach, ich hab einen Heiltrank gefunden. Das ist ja... Das ist ja mal ein Erfolgserlebnis. Mensch. Der ganz großen Klasse hier. Mann. Der Hund. Der Hund. Und ich hör die ekligen Fliegen. Und... Mann. Wo finde ich den denn jetzt? Diesen doofen Scheiß hier. Wo muss ich denn dafür langlaufen? Durchs Wasser? Ich weiß nicht mehr, wo ich langgelaufen bin. Also vor allem, um zum gelben Kringel zu kommen. Das ist die Frage. Weil hier laufe ich immer wieder zurück irgendwie. Ach, ich werde das schon finden. Ich bin ein bisschen durcheinander. Und die Landschaft ist natürlich total schön. Vor allem mit den Leichen da oben. Die sehe ich ja jetzt erst. Alter Scheiße. Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.